Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr euch eingestellt habt. Killer-Neues. Hör mal, ich hab ne Icon gezogen und keiner hat das gesehen, ne? München, scheiße. Schalke hat gewonnen, 3-0. Beste Mannschaft der Welt. Ja, meine Freunde, das ist eine Zusammenfassung von diesem extrem kranken Wochenende. Crewstream, wir haben performt, wir haben die Checkliste weiter abgehakt. Und heute der Dualstream mit Broski, wieder ne Icon gezogen. Und echt, das hat niemand gesehen, ne? All das seht ihr jetzt hier im Video. Ich würd mich super hier über den Support auf YouTube freuen. Grad, äh, kritische Zeiten hier. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen mehr Bock auf Videos. Würde mich sehr freuen, ja? Checkt Broskis Kanal auf jeden Fall ab. Würde mich hier sehr über eine positive Verwertung freuen. Äh, ballert die Kommentare voll. Weekendly Quali. Würde mich mal interessieren, was ihr da so schreibt, ey. Ne? Das wird auf jeden Fall noch ne witzige Nummer werden. Also, in diesem Sinne, Schalke wird Meister. Und, äh, viel Spaß mit dem Video. Broski abchecken. Auf die Tipps. Suat! Hör auf da! Boah, 50k weg, was ist denn das hier? Tja. Ein Goldspieler. Rivals? Ja. Habt ihr hier. Hey! Oh, das geht fit! 50k mitnehmen. Für Leipe? Ja, cool. Für Leipe. Für Leipe geht fit. Cool, wir freuen uns alle für dich. Könnt ihr die mitnehmen für den 48er? Könnt man theoretisch. Aber das Problem an der Sache ist, die hat ja hier, also und dieses. Hö, Hö! Hab ich gar nicht gesehen. Oh, Alter stark. Hab schon so ein großes Modell da, Junge? Komm her! Aber ich kann doch noch mal mitmachen. Ach der geht doch rüber, oder? Würde ich mal, ja. Ja. Vor allen Dingen, die Cam ist halt auch noch mal ehrlich und besser wie da vorne. Die fasst wie so ein Spiegelreflex auch. Hey! Hey! ich muss auch eine pack rein heute 19 uhr 10 25 kpx morgen 19 uhr 10 25 kpx und er liegt zu jedem bundesliga spieler und hat halt krasse ich hab die animation immer noch schluck auf proski zu zweiter und roski warum sagen die zu zweiter prozent groß geht es hier den ersten hier hoch der zieht dann nicht mal plex einmal eine roda also italiener hast du aber steinig ja ist aber nicht gut oha dinantal im trap ich habe mir gezogen und ihr wurde nicht angezeigt können wir doch die animation jackie auf jeden fall also ich habe es die auf jeden fall also jegsige nicht haben die banding blühen dass irgendwann pfgm mpgp die vorhemde wo ich im 3ge bei jupfende finger Du siehst den Ronaldo. Spanien, danke. Locate! Amore! Amore! Was hast du denn mit Italien? Was hast du denn mit Italien? Was hast du denn mit Italien? Warte, lass ihn kurz stehen. Rote Wilpacks warten bei allen drei. Scheiße! Komm jetzt hör doch auf, ich weiß doch. Hey! Nee, die Hater-Sonne. Wir brauchen unsere Hater-Sau. Ah, ich kann es ehrlich sein. Das war eine Hater-Sau-Chat. Wenn wir den Ronaldo ziehen, haben wir fünfmal Hater. Ja, toll. Perfekt. Ja, ist einer hinter. Ist ein Du-Deck hinter? Nee, ich sag Philips. Dau-Deck. Hey! Das ist wieder keine Animation. Bruder, mein Bau. Bau, ja? Oh, Matze. Mein Bauch sagt gerade gleich Kopf. Lagen vielleicht noch mal die Zahnlöcke. Oh, Haaland! Haaland, stark! Oh, Rheinstein immer. Haaalen. Oh, zum zweiten Mal. Guck, ich geb dir sogar noch Dortmunder Support hier. Zeig er du. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, ich hab einen! Oh, Halabar! Let's go! Start, Digga, GG's. Nice one. Halabar geht klar. Der ist auch nice. Christoph Kalfacher. Doppelter Workout. Bar-Check, was hab ich gesagt? Neymar! Was hab ich gesagt? Let's go, Junge! Kein Kapitän! Alter! Alter, Paris-Schwitzer! Ich mach so Auge auf dein Beklang. Huh! Messi, check! Ronaldo, check! Neymar, check! Mbappé, wo bist du? Wahnsinn, Alter. Ich hab den gar nicht erkannt erst. Ich will den Monitor wieder haben. Wie kann man den Monitor freiwillig abgeben, Digga? Mal herrlich. Stößchen! Ey, tschüss, Mann. Tschüss, tschüss, Mann. Und alles mit den limitierten Bechern von Level Up von der Teesis hier, ne? Guck mal hier. Ey, vor allen Dingen, du hast Paris vorne als Kapitän gestellt. Vor allem Back-to-Back dann, ne? Denn da war's der Chillter da noch rum, ne? Pay-to-Win ist da. Blödsinn, Master. Ich mach RTG. Was seid ihr für Liebe, Alter. 9200 Zuschauer. Road to Geld. Ihr seid ja krank. Macht mal hier, die ich will mal die 10.000 hier sehen. Junge, Steini ging's heute nicht gut. Er hat gesagt, wenn die 10.000 sind dann gilt's schon gut. Zeig mal euren Freunden. Geil. Verwandte und Brüder. Ey, der ist wieder gestiegen, ne? 230. Sollen wir mal ein bisschen Web-Apps hier? Der ist wieder gestiegen. Schwerhaft? Und dann so, ähm... Ey! HOKIMI! Ja! So Hauke! Guck mal, der hat der Bild aber drauf. Ey, alles mit dem Becher hier, ne? Ey, check wer, wo? Gibt's den noch? Der ist aber auch klopp. Ich hab den für 300k oder so gehört, ne? Den Becher? Der fand da gut. Ohne Scheiß, Steini hat so ein Yeah-Account. Und warum hab ich den Monitor abgegeben? Der darf man nicht abgeben, den Monitor. Jetzt gleich auch entspannt noch eben die 90plus hier hin, aber mit den Schmeichel am besten noch. Ganz ehrlich, ich denke, da geh ich halt. Super. Wir distanzieren uns davon. Wir distanzieren uns. Wir distanzieren uns davon. Ja! Hier! Da distanzier ich mich auch von. Look at that! Look at that! Amore! Ne, ich bin... Mach grad normale. Ajo, klar, steht wieder was da vorne, ne? Komm her, Junge! Komm her! Ey, ist halt dann einfach 400k Follower, das wird schon das letzte Mal vor 8 Jahren online. Ich denke, bei uns gehen die mittlere Lampe nicht. Damit die der Glücksspiel-Scheiße aus dem Bild gehen. Aber die wollen natürlich, dass du für die dicken Packs wahrscheinlich bezahlst. Ey, Chechny! Ne, das ist einfach, weil die limitiert sind. Die sind nicht dauerhaft drin. Ja. Sieben, fünfmal sind dauerhaft drin. Ey, ich geh sofort rein, ne? Ich will ihn haben, den Hero. Den Hero-Pilli! Pelé! Pelé! Wer ist das denn? Messi! Äh, Alisson! First-Owner, nehm ich. Ich dachte wirklich, dass wir ihn in den Baden haben. So. Newcomer-SBC ist neu. Was kann die? Tanzen. Ein bisschen dazu. Ich weiß nicht. Sei! Dirk, Junge! Schrag, Junge! Hey! Emotionslose wieder. Läuft nur hin und her da. Das ist schwer. 200 Kakos sind überhaupt. Ne, bei mir war es 2,14 zu irgendeinem Tots. Ich weiß das nicht mehr. LaLiga-Tots. Angefangen zu streamen, weil auf einmal jeder gestreamt hat und ich Bock hatte auf Live-Interaktionen. Ich hab mal Bock drauf. Ich war einmal in den Hausten. Das war alles gut. Icon! Nein, niemals! Ich hab ne Icon! Ich hab gesagt, ich seh ne Icon! Oh mein Gott! Ich hab gesagt, ich seh ne Icon! Die sehen's nicht! Die sehen's nicht! Was?! Die hab ich nicht gesehen! Bruder, du musst doch nicht sehen, du umstellen! Du idioose Panne! Du musst nicht sehen, du umstellen! Wie? Die haben nicht gesehen! Die haben nicht gesehen! Ja, perfekt! Ich denk mir nur, hä, der steht schon da? Keine Beleuchtung? Der könnte ich nicht sehen! Aber du musst doch die Szene umstellen! Ich dachte, der ist umgestellt, ich war so in meinem Irland-Flair hier drin! Ey, nein, nein, nein! Nicht Danke Broski! Nein, 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 nein! Den Schuh zieh ich mir nicht an! Den Schuh zieh ich mir nicht an! Nix gesehen, rein ins Video! Ja, super! Aber auch nix gesehen hier, scheiße! Schon voll, da wird die 90 Plus immer! Hab ich vorhin noch gesagt, Icon ziehen, ne? Ich hatte Angst vor Maradona, als ich Argentinien gesehen hab, weil ich den üblich erkannt hab! Ich dachte, irgendwie cool ist das Baby Maradona oder so! Der Afroger! Ey, weiß noch einer, wann ich den Call gemacht hab? Ich zieh noch mal damit für ne Icon ziehen, da war's ja wieder, die Icon! Was kostet der? Ey, Henrik Kelme, hör mal! 250! Ey, ich bin immer noch safe, Jungs, ne? Ich glaub, der Henrik Kelme ist jetzt in der Verlosung! Okocha war günstiger, mein ich! No way! Digga, ich hab schon wieder... Muss ich dem Chat... Jetzt hat der Chat das auch nicht gesehen! Ich hab schon wieder so ein Tor mit Carlos gemacht! Der Chat sieht gar nix perfekt! Ey, hier! Hallo! Hallo! Ja, geil! Chat nix gesehen! Perfekt! Aber Regie 11 von 10, oder? Wie wir das hier technisch machen!